Ist das die Immobilien für Sie? Ja, ist das alles super. Ja, wir kommen in der Stunde. Hau rein! Wunderschönen guten Tag. Irene Sankauer mein Name. Hallo. 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 Ah, berufliche Blockade. Das kriegen wir hin. Ja, ich mach erst einmal ein bisschen schöne Musik rein. Ja, wir sind ja hier wegen dem Förderantrag für unser Nagelstudio. Für unsere Nagelbar. Welche Karten soll es denn sein? Der Antrag, der ist ja schon online eingegangen. Ist er denn jetzt geproofed? Nee. Ehrlich gesagt, in Ihrem Energiefeld spüre ich das überhaupt nicht. Na, da sind ein bisschen Löcher im Aura-Kleid. So, nicht immer leicht mit dem Vati, ja? Die Narbe am Rücken. Legen Sie einfach mal die Hand aufs Herz, ja? Momentchen. Warum weiß ich denn die das? Dein Vater? Die Karten können Sie auch im Internet kaufen. Geben Sie mir bitte die linke. Holz, Wasser, Feuer. Holz. Holz, jawohl, jawohl, jawohl. Ihr Potenzial, das liegt eindeutig im Tischlereibetrieb. Stimmt. Der Opi war auch Tischler. Darf ich? Na? Der Peter. Das wissen Sie ja selber, eine längere Geschichte. Kamische Verknotung, Rückführung, das dauert so lange. Das machen wir nächstes Mal. Und sehen Sie, jetzt strahlen Sie ja schon wieder. Wunderbar, Herr Schütt. Da hätten wir jetzt hier Helsinki. Zwei Personen. Praktikum, Ausbildung und danach machen Sie es selbstständig. Ja. Und die Nagelbar? Das ist doch der perfekte Name für Ihre erste eigene Tischlerei. Das ist genial. Helsinki. 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 극 huravian. Wie